Hei hei Ähm Kurz bevor ich das Ranked Spiel mache Ich habe eine Quest offen für einen Paladin Und das würde ich gerne verbinden Heißt, ich mache mal kurz ein Paladin Deck Und werde euch daran teilhaben lassen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Uta gegen Jaina Ich werde ehrenhaft kämpfen So, das war doch mal Na ja Ich grüße euch Hallo Blutzumpf Raptor Okay Direkt mal für uns ausnutzen Das Ding Das Ding Das Ding Das Ding Das Ding Ja Oh, dankeschön Danke. Okay. 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 Was glaubst du so? Bei aller Voraussicht Friedensbewahrer. Befolgt die Regeln! Und... Nichts weiter. Meldet mich zum Dienst! Was glaubst du so? Und noch ein Ogre! Was hat denn das mit all den Ogern vor? Den wir doch nicht auf Great aufbauen, oder? So. Das war eure letzte Warnung! Was kommt? Blizzard? Ne, Arcade Intelligenz. Das ist okay. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen das... Ja, ich glaub ich werd gleich mal... ...das und das machen. Na? Ja! Vorbei! Was hat ich mal? Die Ausbildung in den letzten Jahren! Du hast ja nicht gewonnen... ...und, was ist das mit einem... 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 Ich hoffe, dass dich meine Erzählung gefällt. Das Ding! Meine Hand ist zu voll! Meine Hand ist zu voll! Das war eure letzte Warnung! Bevor ich es überhaupt nicht mehr nutze, hau ich es lieber raus. Das war's für mich. Ich bin ein Warnung. Ich bin ein Warnung. Ich bin ein Warnung. Ich bin ein Warnung. Das war's für mich. Klar machen zum Enter! Für die Gerechtigkeit , in den Kampf! Melde mit zum Dienst! Oh, Verwandlung. Oh, nur eine normale Verwandlung. Keine goldene. Schade. Ach, dass Fettboss aufbleiben. Schade. Nimm da keine neue Beta-Sache auf. Was soll's? Nee, die Weile wie wir auch sparen, irgendwie. Ow. Ich glaube, Seekampf müsste ich ganz locker gewinnen. Ein Feuerball. Noch ein Feuerball. Gut, Tepi. Das ist nichts. Ich bringe Leben zurück. Für die Gerechtigkeit. Oh, es fällt auf die Bier. Das ist vorbei. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. 200. Karte. Okay. Ach, gerade Explosion. So, Feuerball. Das war's. Ziemlich einfacher Sieg. Wir müssen den Sonnenbrunnen läuchern. Für die Gerechtigkeit. Keine gute, es zieht. Das ist auch klasse. Alles zerstören. Und ein Red Lead ohne Raid. Oha. Gut gespielt. Gut gespielt. Und eins. von zwei oder fünf ich muss fünf machen okay habe ich wohl verlesen ups aber ich vergesse die auch noch wieder zu starten ja spiel gegen priester was nehme ich mit nein 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 ja ich grüße euch ich hoffe mal größe im namen des lichts ich hoffe es ist kein klasse ich glaube die karten aus dem deck und eine hand es ist ein heiler okay okay was hat er vor hätte er besser lösen können will ich sie noch spielen wo ich sie reingepackt habe ich die echt ins deck gepackt? das habe ich gar nicht gemerkt egal haben oder nicht haben gibt keinen unterschied spürt meinen Zaun! melde mich zum Dienst nicht mit mir Harry, fangt! das ist aber gut die Wahrheit ist mein Schild okay okay Für die Gerechtigkeit! Die Gerechtigkeit jetzt hier! Helfe mich zum Dienst! Was sollte ich mir gründlich überlegen? Oh! Interessant! In den Takt! Die Gerechtigkeit jetzt hier! Was tut der als nächstes? Schattenwort tot! Muss natürlich sein! Es wäre ja eigentlich niemals wieder Schaden, den er anrichten könnte! Na, wer schmeißt mir nichts dagegen? Also, drück Vierer! Und ich bin kein viertes Monster! Ist ja blöd! Da könnt ihr was von mir übergeben! Das will ich ja nicht! Stichwort Gedankenkontrolleur Ist jemand verletzt? Ist jemand verletzt? Ja, ist das doof! Befolgt die Regeln! Sieg oder Takt! Wenn sie entkommt! Für die Gerechtigkeit! Sieg oder Takt! 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 Ihr habt mich besiegt! Danke! Läuft ja heute! Ich sollte öfter Paladin spielen! Uta gegen Guldan! Eure Seele wird mir gehören! Ich werde ehrenhaft kämpfen! Was könnte jemand mit einem solchen Namen bloß spielen! Richtig! Hexenmeister! So ne Scheiße! Wobei... Schurke würde eher passen! Laut Maluslehre! Night! Shade! Das wars! Slayer! Killer! Shadow! Ich würde da noch bedrohlen! Ah! Der Hexenmeister ist auch ziemlich witzig! Also pass hat ja... Und! Noch so eine? Oh! Sogargold! Zeug! Der macht's mir eigentlich ziemlich einfach gerade. Läuft mich zum Dienst! Und jetzt ruhe ich! Das ist wahrscheinlich ein Zoo Deck! Also, ich warte einfach mal auf die Weihe. Das ist definitiv so. In der Karte! Ihr könnt mich nicht verbringen. ich muss sagen ich habe den gold gesehen das licht beschützt naja du willst es doch auch die weihe also ich brauche ein bisschen was erleben noch locker kriegen ja hat er auch verhaftet sich jetzt abkommen ja da ist es schon der vier schaden und konnte die vier schaden gebraucht sehen feuer oder so okay und sehen vorher achten scheiße gut gespielt passiert wenn man keine weihe zieht doofe sache mach doch hin der kollege ich glaube ich war heute mal schluss gleich ein uhr ja dort durch reich ich sag mal dank für zuschauen tschau tschau